ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barcrafts heute gehen wir mal einen ja ich sag mal nicht anderen weg aber wir gehen mal einen bereich den wir eigentlich noch nicht so richtig beleuchtet haben und zwar wollen wir heute mal die artillerie uns anschauen also quasi wie viele von euch die gedient haben damals noch die dann sehr die bums köpfe also die leute die die großen artillerie geschütze bemannen abfeuern nur habe ich auch noch nicht so viel ich sag mal schnittmenge mit gehabt bis jetzt aber dieser erlebnis bericht aus dem frankreich feldzug und zwar mit dem artillerie regimen 31 der ist schon wirklich sehr interessant was die jungs da erlebt haben und wie sie vorgerückt sind was die sache auch noch interessant macht ist da ging es ja nicht immer nur um männer und munition und die geschütze sondern auch um das transportmittel und diese einheit war noch pferdebespannter das heißt es war natürlich immer wichtig dass die pferde auch versorgt wurden und b dass sie natürlich auch diverse angriffe überlebten so und wenn ich sag mal so ein artillerieüberfall ist oder ein tieflieger greift an dann kann man als soldat an deckung springen die pferde bleiben einfach stehen deswegen natürlich auch die verluste an den also die verluste unter den pferden natürlich auch höher als normal ja und das ist finde ich in diesem erlebnis bericht oder tagebuch ganz gut wiedergegeben ich denke wenn ich mir das so über also soweit ich mir das durch gelesen habe und durch geprüft habe und bearbeitet habe müssten das so vier teile werden also ich denke mal teil 1 bis 4 und da wollen wir jetzt mal einsteigen das intro habe ich auch nur für den ersten teil gesetzt der rest der kommt dann einfach so und ich hoffe das holt euch ein bisschen ab es ist ich sag mal auch ein bisschen patriotisch geschrieben ist nicht sagen aber es ist doch ein bisschen anderer zum schlag in diesen aufzeichnungen als in den normalen geschichtsbüchern also wundert euch nicht in diesem sinne würde ich sagen kämpfen wir mal mit der artillerie in frankreich und schauen mal wie das da abgelaufen ist los geht's fünfte kompanie artillerie regiment 31 donnerstag 9 mai die fünfte kompanie artillerie abteilung 31 liegt seit monaten in orsbeck bei heinsberg hart an der holländischen grenze kaum 30 kilometer trennen sie von belgien denn ganz schmal nur legt sich der südlichste streifen hollands der deutschen grenze entlang um 17 uhr wird die batterie überraschend alarmiert auf 20 uhr ist die marschbereitschaft angesetzt soll endlich die auseinandersetzung im westen beginnen jeder atmet auf und fiebert der entscheidung entgegen das ausbildungslager für den ersatz der abteilung wird aufgelöst die kursteilnehmer werden auf die batterien verteilt im orte herrscht fieberhaftes leben motorisierte kolonnen rasen durch die engen straßen welche durch unsere bereitgestellten geschütze und fahrzeuge noch unübersichtlicher geworden sind endlos erscheint uns die wartezeit zweifeln doch nur wenige daran dass es diesmal über die grenze geht doch niemand weiß etwas bestimmtes auszusagen kurz vor sonnenuntergang verlassen wir den ort mit marschrichtung nach westen in später nacht passieren wir nach mancherlei umwegen heinsberg gegen morgen marschieren wir der grenze entlang weiter freitag 10. mai um vier uhr sind wir in dem dorfe waldfeucht unzählige deutsche jagd und bombenflugzeuge ziehen über uns hin vom holländischen gebiet sind in abständen zahlreiche detonationen vernehmbar die holländer sprengen ihre brückenübergänge um 6.30 überschreiten wir die grenze bei herrlichsten morgensonnenschein ohne in einen kampf einzugreifen zu müssen die vorausabteilung scheinen mühelos schon weit vorgedrungen zu sein 10 uhr am juliane kanal beziehen wir die erste feuerstellung kein schuss fällt die kanoniere ahlen sich im sonnenschein infolge einer gesprengten brücke vollzieht sich der weitermarsch über den kanal auf umwegen hinter der einzigen in unserem abschnitt noch unversehrten brücke liegen die ersten toten holländische soldaten welche für unsere vorausabteilung erledigt worden waren noch ehe sie die sprengladung zur entzündung gebracht hatten 17 uhr zweite feuerstellung der batterie an einem kleinen flusslauf etwa halbwegs zwischen dem juliane kanal und der mars welche in unserem abschnitt die holländisch belgische grenze bildet ein belgischer aufklärer erscheint im tiefflug über feuer und protzenstellung von südwesten kommend hält er geradewegs auf dem platz am flussufer zu wo ich mit einem mg als fliegerschutz aufgestellt worden war noch ehe ich seine nationalität erkennen ist er bereits über mich hinweg in richtung protzenstellung geflogen ich sehe ihn eine weite schleife ziehen und dann abermals von südwesten her auf meine stellung zu halten diesmal soll er einen tüchtigen gruß abbekommen zum ersten mal richte ich das flieger kreiskorn auf die einen feind so nun hält das flugzeug gerade auf die mitte des kreiskorn zu abgedrückt verdammt hemmung durchladen hemmung nun schießt der kerl auch noch wild in die gegend schon ist er hinter dem baumwürfel entschwunden war das ein pech in der protzenstellung ist es inzwischen toll zugegangen durch das motoren geräusch schon wild geworden haben sich die in der dorfstraße befindlichen pferde der sechsten batterie losgerissen als die schüsse des aufklärers zu knallen begannen in wildem galock fegten 30 pferde das dorf entlang auf die wiesen hinaus wo sie nach vielen hin und her wieder eingefangen wurden samstag 11 mai drei uhr nächtlicher maßübergang auf einer von pionieren hergestellten notbrücke vor und hinter uns rollen motorisierte verbände nach belgien hinein die erste belgische stadt ist voller barrikaden und panzersperren in sumpfiger waldwiese beziehen wir bei regnerischem wetter hinter der stadt feuerstellung wieder ohne zum schuss zu kommen am gleichen tag führt uns der marsch durch ein ausgedehntes industriegebiet in richtung asch riesige schuttkegel unbrauchbar gemachte fördertürme blitzblanke siedlungen ziehen zu beiden seiten der ausgezeichneten fernverkehrsstraßen an uns vorüber die siedlungen erinnern uns an holländische verhältnisse der boden dagegen lässt hier nur spärliche vegetation aufkommen ein seltsamer gegensatz zu hollands reichen auen sonntag 12 der mai pfingst sonntag während der nacht beziehen wir feuerstellung in vorderer linie unsere rechte flanke soll ungedeckt sein beide mgs haben deshalb in denkbar ungünstigem gelände die sicherung der batterie zu übernehmen wir tarnen die mg stellung mit allen infanteristischen schikanen sodass sie am rand der waldwiese wie ein verkrüppelter busch aussieht wenig daneben wird eine wechselstellung angelegt aber nichts geschieht abwechslungsweise schlafen wir auf nackter erde frost geschüttelt erwachen wir bei tagesgrauen bald steigt die sonne gold sprühend über den waldrand empor schäfchenwolken schwärmen strahling gleich über den jungen himmel dahin ich wünsche der batterie ein frohes pfingstfest leutnant plank hatte es gerufen unsere herzen hämmern fröhlich in dem singenden morgen wieder erscheint ein feind aufklärer als die batterie eben beim stellungswechsel begriffen ist der weiter marsch führt uns bis vor hasselt auch in der neuen feuerstellung schweigen unsere geschütze am abend plötzlich rings um uns detonation ein dom von feuergaben wächst zum himmel über uns kreisen wie raubvögel zwölf feindliche bomber um sie her aber sprühen die sprengwolken der schweren flack und die roten leuchtspuren der flack mgs leuchtbomben pendeln am fahlen himmel und da plötzlich eine lange rauchfahne die schnell und immer schneller sich zur erde verlängert das erste feindflugzeug ist zu boden gestürzt noch drei weitere folgen ihm nach dann lassen die übrigen von ihrem unterfangen ab und wieder wird alles still eine kühle nacht senkt sich auf uns nieder dienstag 14 mai beim tages anbruch ist vom feinde nichts mehr zu spüren ein ganztägiger marsch führt uns in richtung wavre die landschaft wird wieder rein bäuerlich und fruchtbar in der abend dämmerung stockt der vormarsch unversehens auf einen von allen seiten einzusehenden weg inmitten von kornfeldern halber links vor uns ein zerstörter feindflugplatz nach einer guten halben stunde ziehen wir weiter ins ungewisse hinein ein kleiner auf allen seiten mit panzer abwehr geschützen umstellter ort nimmt uns endlich auf unser tagesziel ist ein nahegelehner gutshof die gesamte batterie mit pferden geschützen und wagen findet darin unterkommen in den luftigen weiträumigen stellen welche an friedenszeiten erinnern kann ein teil der pferde untergebracht werden weiches lager finden die mannschaften auf der tenne in heu und stroh noch haben nicht viele den schlimmer gefunden da dringt leises summendes motorengeräusch an unser ohr an und abschwellend entschwindend und wieder nahend reißt es meine sinne ins volle wachsein sucht ein feind beobachter unseren standort festzustellen lichter aus schon glauben wir uns wieder in sicherheit schließen die augen da pfeifen über dem dache das war ein einschlag in unserer nähe wir rappeln uns empor tasten nach balken und leitern da haut es schon wieder im dorfe ein vom hofer tönt die befehlende stimme des hauptwachtmeisters pferde beruhigen das macht uns wieder kühles blut aber was tun in regelmäßigen abständen von etwa zwei minuten jagen die schweren brocken über uns hinweg aufs feld hinaus ziehen oder abwarten soweit wir keine pferde zu halten haben stellen wir uns fürs nächste an den innenwänden des hufeisenförmig angelegten hofes auf der saß zu weit links und der zu kurz vielleicht trifft der nächste das gehöft so beurteilen wir die lage der chef oberleutnant bergmann befiehlt uns alle in ein kellerartiges gewölbe zur ebene erde leutnant plank macht sich auf dem stroh bequem und eine stunde mag verstrichen sein da befiehlt der chef nach anfrage bei der abteilung marschbereitschaft unter andauer und beschuss verlassen wir das nächtliche dorf durch einen tief eingeschnittenen hohlweg ziehen wir bis zum rande des nahegelegenen wäldchens wo wir geschütze und fahrzeuge gegen fliegersicht tarnen mittwoch 15 mai der beschuss hat im laufe der nacht aufgehört beim morgengrauen ziehen wir mit geschützen und wagen ins wäldchen selbst in dessen 200 meter entfernte ecke wir ein schloss vorfinden worin sich unser divisionsstab eingenistet hat was gibt es nicht alles an diesem vormittag zu tun pferde versorgen die erste rasur seit fünf tagen husam durchführen erste briefe schreiben löhnung empfangen und post entgegennehmen dazwischen beobachten wir den luftkampf zwischen einer natürlich siegreichen messerschmitt und einem feindlichen jäger mit der postverteilung hat es etwas besonderes auf sich die beginnt als eben zur allgemeine verärgung wieder schwere brocken ins wäldchen einschlagen zum donnerwetter woher ist dem feinde unsere neue position bekannt aber nichtsdestoweniger seine post will jeder haben fast die ganze batterie ist zusammengelaufen die kanoniere der b-trupp die kameraden von der 150 meter entfernt stehenden munitionsstaffel immer ungemütlicher wird es jeder eilt möglichst rasch wieder an seinem platz zu seinen pferden zurück doch wie sieht es bei der munitionsstaffel aus verwundete und tote pferde liegen am boden andere schlagen im geschirr wild um sich die wenigen fahrer sind machtlos ein paar granaten hatten gut gesessen und rund 15 pferde vernichtet von den anwesenden fahrern sind drei durch splitter verwundet bei geschützen wird es auch noch brenzlig ringsumher detonation splitter fliegen um unsere köpfe gegen mittag wird die lage unerträglich gegen mittag wird die lage unerträglich der divisionsstab verlässt in aller eile sein schönes quartier in das leer stehende schloss schlagen die ersten volltreffer ein endlich ist es für uns soweit wir atmen erleichtert auf als wir das wäldchen und den hohlweg hinter uns haben im trabe geht es über freies feld in feuerstellung die nachrichten leute legen in eile ihre leitung am späten nachmittag trifft der feuerbefehl von der b-stelle ein eine donnernde nacht hebt an das krachen der einschläge wechselt mit dem klaren knall unserer abschüsse und dazwischen dringt die helle sichere befehlstimme des batterieoffiziers an unsere ohren hinter uns am horizont lot der feuerschein des brennenden schlosses und des dazugehörigen gehöftes bei diesem gehöft trug sich heute abend folgendes zu ein munitionswagen hatte wegen des ausfalls an pferden dort zurück bleiben müssen hauptwachmeister günther hatte die absicht ihn von der feuerstellung aus nachzuholen inzwischen war der gutshof in flammen aufgegangen und stand dazu hin immer noch unter beschuss nichtsdestoweniger ran musste der muni wagen und offizier fischer und kanonier leppin als fahrer meldeten sich freiwillig zu dreien zogen sie los bei ihrer ankunft war schon das ganze gehöft bis zum ersten stockwerk niedergebrannt der an einer mauer stehende und schon rauchende wagen konnte jeden augenblick feuer fangen vielmehr die munition konnte zur entzündung kommen und alles um sich her in stücke reißen also zuerst den wagen um ein paar längen vorgeschoben dann pferde vorgespannt noch stehen sie nicht im geschirr und da krach ein pferd bäumt sich auf liegt am boden gleichgültig zwei müssen das auch alleine schaffen vorgespannt krach die beiden letzten sind auch weg die hölle scheint los zu sein trotzdem müssen neue zugtiere ran diesmal gelingt es sie fertig zu machen bevor eine neue sendung anschwirt im galopp geht's zur feuerstellung die munition ist gerettet aber 20 pferde und drei verwundete hat uns der tag gekostet das war vor der dülestellung fünfte kompanie artillerie regiment 31 donnerstag 16 der mai gegen morgen flaut das feindfeuer ab und setzt dann völlig aus von hinten kommt die nachricht in dem brennenden schloss ein engländer gefangen genommen worden welche sich mit einem funksondergerät versehen im keller verborgen hatten jetzt wird uns vieles an den geschehen des vortages klar unser vormarsch setzt wieder ein durch völlig zerstörte und verbrannte dörfer denen man auf schritt und tritt die wirkung des infanterie geschütz und artilleriefeuers ansieht geht es bis über die düle links der straße plötzlich eine von granatrichtern buchstäblich übersäte wiese kaum 15 quadratmeter unversehrten rasens mögen zwischen trichter und trichter noch übrig geblieben sein war dies das werk unserer oder der feindlichen artillerie unter feindlichem beschuss gehen wir in einer sanften mulde bei ottenburg in stellung die unversehrten gewächshäuser einer links von uns liegenden großgärtnerei lassen einen fluchtartigen rückzug des feindes vermuten freitag 17 mai langer marsch hinter den ausgerissenen feinden her der himmel wird zum ersten male launisch und bedenkt uns mit einem feinen nieselregen während einer marschpause hören wir aus dem kofferradio einer neben uns haltenden infanterie geschützkompanie die abmeldung vom deutschen durchbruch durch die marginiolinie bei sedar in 100 kilometer breite von der gefangennahme eines französischen armeekorps durch eine dort vorstoßende panzerdivision und von der erfolgreichen schlacht zwischen wavre und namur an welcher wir in ihrer nördlichen verlängerung selbst beteiligt waren samstag 18 mai die märsche nehmen kein ende es geht über waterloo wir marschieren durch ausgedehnte bunkeranlagen und kilometerweit reichende tanksperren sonntag der 19 mai weiterer vormarsch hart nördlich an egien vorbei bis zum lessiness die engländer sind immer noch nicht einzuholen die hier liegenden niederlassungen blieben in folge des raschen rückzuges fast völlig von verwüstung verschont ein feind aufklärer wird mit gut sitzenden mg schüssen bedacht montag 20 mai in der früh um drei beginnt der weitermarsch ungehindert vollzieht sich auf einer notbrücke der übergang über die dänder um 17 uhr bezieht die batterie wieder feuerstellung bei mont saint aubert an der schelde der gegner hat sich wieder festgesetzt wir erhalten schwachen beschuss unser eigenes feuer setzt in dieser nacht mit äußerster heftigkeit ein das gerücht dringt durch ein versuch des infanterie regiments 12 den fluss zu überschreiten sei missglückt dem infanterie regiments 82 soll jedoch die bildung einiger brückenköpfe gelungen sein unser chef oberleutnant bergmann erhält das eiserne kreuz zweiter klasse dienstag 21 der mai das gegenseitige feuer dauert gleichmäßig an feindliche panzer sollen die gebildeten brückenköpfe wieder in besitz genommen und unsere sorglos badenden lanzer teilweise verjagt teils gefangen oder zusammengeschossen haben wie eine bombe aber schlägt die nachricht ein sanquentin und kaum brei befinden sich dank dem ungestümen vordringen unserer panzerdivision in deutscher hand also doch eine aussicht für uns das schneidige vorwärts wieder aufzunehmen in kurzer zeit ganz belgien zu durchstoßen mittwoch 22 der mai die vergangene nacht brachte uns stärksten feindlichen artillerie beschuss links unserer feuerstellung war schon in der abendämmerung infanterie in bereitstellung gegangen 200 meter vor uns griffen minenwerfer in den kampf ein feindliche und eigene infanterie angriffe schienen miteinander abzuwechseln die nacht war erfüllt von detonation um uns vom knall unserer eigenen abschüsse vom pfeifen und fauchen in den lüften und dem stummen spiel der weißen und roten leuchtkugeln über dem horizont donnerstag 23 der mai trotz der heftigen einschläge hatte unsere batterie keine menschenverluste auch die bei uns liegende infanterie blieb verschont mit nur einem beschädigten geschütz verlassen wir in der frühe die stellung nachdem seit stunden aller lärm verstummt ist im morgennebel beziehen wir neue stellung auf einer waldwiese bei molambi kaum ist die sonne durchgebrochen da kommt schon wieder der befehl zum stellungswechsel längst steht nun die batterie marschbereit aber immer noch fehlt die mg wagen protze sie hat in der frühe die protzenstellung verfehlt und ist seither verschollen die batterie rückt ab der hauptwachmeister jedoch macht sich mit einem pkw auf die suche und mit erfolg mit einstündiger verspätung trifft unser mg wagen bei der batterie ein welche inzwischen schon drei kilometer weiter vorne bei pottes eine neue feuerstellung bezogen hat die stunden verstreichen in wohltuender sonnenwärme nur ganz aus der ferne ist noch gefechtslärm zu hören in den häusern von pottes waschen und rasieren wir uns festlich das aber in aller ruhe zum ersten male vom fleischestrotzend mittags mal erinnert uns an manöverartiges soldatenleben an dieser stelle ein paar besondere worte zum punkt der verpflegung im ganzen bisherigen feldzug war die von der küche gereichte mittagsportion meist etwas knapp gewesen das war ja wohl kein wunder angesichts des oft rasenden schnellen vormarsches unter solchen verhältnissen hatte sich die batterie an selbstverpflegung gewöhnt diese war sehr einfach zu handhaben zwei mann von jedem geschütz und von jedem wagenzug begaben sich in eins der naheliegenden gehöfte und brachten alle dinge mit welche das herz begehrte eier wurden unsere hauptnahrung schinken und rauchfleisch schlossen sich würdig an butter gab es in menge die auf märschen und bei kühlen nächten in feuerstellung sehr geschätzten landweine sind nicht zu vergessen der mg wagen entwickelte sich bald als stets gut gefüllte vorratskammer für alkoholische genussmittel kurz als ich nun in der folgezeit die heeresverpflegung völlig eingespielt hatte führten wir alle ein leben mit welchen hinsichtlich der ernährung unsere besten friedenstage nicht wetteifern konnten dies ist aber nur zur ergänzung am abend des 23 verlassen wir die in pottes bezogene feuerstellung vorbei an der bisher noch nicht gesehenen korps artillerie mächtigen langrohr geschützen ziehen wir parallel zum laufe der schelde nach norden unwirklich scheinend wie im filmfest beziehungslos zu uns bietet sich links der former straße ein fernblick auf die bombardierung von rubei durch unsere luftwaffe die letzte feuerstellung des tages ist bei belhaegen unter leichtem beschuss verbringen wir die nacht freitag 23. mai am vormittag stellungswechsel in nordwestlicher richtung ungehindert wird die schelde auf einer notbrücke überschritten vier kilometer südlich kordrück beziehen wir neue feuerstellung der kampf geht um die vor uns liegende stadt und das flüsschen lys samstag 25. mai immer noch liegen wir auf dem sanften hügel südlich der stadt ein unerhörtes feuerwerk boten in der vergangenen nacht die in flammen gehüllten vororte kordrück die brennenden fabrikanlagen und explodierenden öltanks am vorabend soll ein versuch der übergang unsere division über die lys durch die gegenüberliegenden englischen gardedivision vereitelt worden sein der rechts von uns liegenden 18 division gelang es jedoch angeblich nach hart erkämpften übergang der vormarsch auf das dorf heule nach heftigen infanterie kampf kommt auch in unserem abschnitt wieder bewegung durch die westlichen vororte korthyx hindurch geht es über den büß in den raum oder nördlich von menen hinein von den kämpfen des vergangenen tages aber erzählt folgender bericht eines kameraden der als funker beim vb also vorgeschobenen beobachter wachmeister rühl eingesetzt war die sonne steht noch nicht im zieht als wir mit unserem leichten fernsprechwagen auf der heutigen b stelle einer alten windmühle unmittelbar an der großen einfallstraße nach kortik angekommen waren rechts und links der straße ziehen sich bereits täler teils mit getreide bestanden teils nur als weideland benutzt vom oberen stockwerk der mühle bietet sich uns durch zwei fenster ein weiterer rundblick über das land im nordosten liegt in einer breiten ebene eingebettet die stadt kortyk über deren häuser etliche schwarze rauchwolken den kampf ahnen lassen der sich in straßen und gassen abspielt da tritt unser wachmeister ans fenster blickt starr und unverwandt nach nordwesten als wäre hinter den häusern des dort liegenden dorfes etwas besonderes zu erkennen nach einigem suchen sehe auch ich unmittelbar hinter dem bahndamm der das blickfeld begrenzt hat sich der feinde vom neuen festgesetzt jetzt steckt auch mein kamerad seinen kopf über unsere schultern hinweg zum fenster hinaus unser wachmeister bricht das schweigen da jenen feldweg werden wir nehmen der links von der mühle nach westen verläuft an jene hecke nach nordwesten umbiegt und sich schließlich einer mauer entlang führend in den ersten gärten des dorfes verliert fertig machen schnell sind die geräte aufgenommen und wir drei schließen uns den vorgehenden infanteriesoldaten an mittlerweile ist es ziemlich warm geworden die umbarmherzig brennende sonne treibt uns den schweiß auf die stirn schützen reihe wir marschieren mitten unter der infanterie weiter nur von einem gedanken beseelt den feinde zu werfen jetzt schneidet ein ziemlich tiefer und mit schlamm gefüllter graben unseren weg ein kurzer aufenthalt und schon sind wir über ihn hinweg und treten in die ersten gärten des dorfes ein hier verlässt uns der wachmeister um sich von einem infanterieoffizier den weg zum bataillons gefechtsstand beschreiben zu lassen plötzlich eine sprengwolke vor uns da 50 meter rechts eine zweite mit einigen sätzen sind wir im hof eines hospitals das heulen der granaten die detonation sind nun von links her vernehmbar der gegner schießt doppelzünder wo ist unser wachmeister 15 minuten sind bereits seit seinem aufbruch verstrichen also schnellstens gerät aufbauen und funkverbindung herstellen es klappt die gegenstelle in der mühle meldet sich sofort und ich kann meinen standort und die lage durchgeben mein kamerad ruft inzwischen mit lauter stimme nebenan auf freiem felde nach unserem wachmeister vergeblich alle zehn minuten gebe ich die lage an die b stelle durch nun verstärken die feindlichen batterien das feuer granaten schlagen links von uns im dorfe ein wiederholt sausen und splitter um die ohren aber was macht denn mein kamerad dort hinten im garten der kerl sitzt während des schweren artilleriefeuers auf einer kiste und steckt die füße in einen eimer mit kaltem wasser gerade hat er seinen fußbad beendet da trifft endlich unser wachmeister wieder ein die geräte werden eingepackt und durch gärten über zäune und gräben hinweg geht es in ein haus welches durch einen unmittelbar davor liegenden hohen bahndarm zum großen teil der feindsicht entzogen ist auf der straße liegen überall splitter umher doch eigentliche zerstörung sind noch nicht festzustellen auf dem boden treffen wir die beobachter der vierten batterie welche mit ihrem scheren fernrohr den feind schon genau ins auge gefasst haben eine knappe halbe stunde lang bleibt alles unheimlich still wir stellen funkverbindung mit der mühle her kaum haben wir die sender richtig abgestimmt da kommt schon das erste kommando von oben dritte ladung aufschlag ganze batterie von grundrichtung 40 weniger entfernung 4200 libelle 305 feuern ein gut ausgebautes im gen ist welches unsere infanterie aus der flanke beschießt soll bekämpft werden abgefeuert sekunden später vier einschläge und noch vier und fast ohne pause noch mal dasselbe drei gruppen sind abgegeben worden und sie granaten zerfetzen das gehölz in welchem die mgs immer noch in abständen hämmern noch einmal heulen vier granaten in geringer höhe bunzen weg und wirbeln drüben jenseits des bahndammes ungeheure fontänen aus der erde stein und äste fliegen in die höhe volltreffer der feind schweigt die flank ist frei aber noch legt der feind schweres sperrfeuer aller kaliber auf unsere infanterie immer wieder schlagen schwere brocken in die häuser ein deren dachstühle krachend zusammenstürzen ziegel wirbeln durch die luft und zertrümmern fensterscheiben irgendwo fällt eine dachrinne mit blechernem klang auf das pflaster von den weiden draußen vor dem dorfe dringt das blöken von kühen und schafen zu uns herüber und mischt sich schaurig mit dem pfeifen in den lüften plötzlich reißt eine granate nur 50 meter rechts von uns ein großes loch in den bahndamm eine unterführung ist zusammengestürzt gleise hängen verbogen in der luft und schwellen stehen wir in die höhe fünfte batterie artillerie regiment 31 frankreich 1940 teil 3 samstag 25 der mai die bewohner unseres hauses ein junges ehepaar mit kind sind längst in den keller geflüchtet jetzt ein furchtbarer krach unmittelbar neben uns das nachbarhaus ist von einer granate schweren kalibers eingerissen worden spitter steine ziegel und bretter prasseln nach unser dach herab doch es hält jetzt wird es höchste zeit in deckung zu gehen zwischen kartoffeln und kohlen finden wir im keller noch genügend platz wir versuchen die frau zu trösten ich spreche sie in ihrer muttersprache an und erkläre ihr dass der feind auf dem rückzug ist und die stellung bald aufgegeben werden muss doch wem könnte es gelingen inmitten dieser hölle eine frau von der angst um ihr geliebtes kind zu befreien so sieht sie uns ungläubig an und verstummt kein wort wird mehr gesprochen ein unheimlicher gegensatz zu dem lärm und getöse draußen ein verwundeter wird oben ins haus getragen sofort sind wir oben bringen wasser sind zu jeder hilfe bereit am schulterblatt blutet er stark doch scheint die wunde nicht lebensgefährlich zu sein unser wachmeister steht schon wieder über sein auf dem küchentisch liegenden kartenbrett gebeugt und stellt neue schussrichtung und entfernung fest dem leutnant von der vierten batterie wird er sich rasch über die von unseren geschützen zu bekämpfenden stellung einig und schon trägt wieder der äther die feuerkommandos zu den bestellen die dann das feuer der batterien auslösen dumpf hören wir die einschläge unserer geschosse es schwillt zu einem unheimlichen donnern an die anderen batterien der abteilung lenken nun ebenfalls ihr feuer auf unseren abschnitt die erde scheint zu beben das ganze haus durchläuft ein zittern und nun die infanterie stürmt immer wieder müssen wir die entfernung verbessern das feuer vorverlegen 4500 4550 4650 4750 plötzlich höre ich meine gegenstelle nicht mehr plötzlich höre ich meine gegenstelle nicht mehr ununterbrochen gebe ich das rufzeichen und decknamen durch nichts doch wir müssen verbindung bekommen ich kann den fehler nicht erst suchen es geht um sekunden also ran an das gerät der vierten batterie frequenz eingestellt und fensterbrett bitte kommen da ist er wir haben wieder verbindung schnell die kommandos durchgegeben denn schon wieder muss ich das gerät meinem kameraden von der vierten zurückgeben so lenken wir über dieses eine gerät das feuer von zwei batterien und es klappt drüben hört ein geschütz nach dem anderen auf zu schießen jetzt schweigen sie ganz wie sich der feind zurückziehen oder legt er nur eine feuerpause ein noch wissen wir es wirklich nicht allmählich wird nun auch unser eigenes feuer schwächer und verstummt nun ganz ruhe da kommt unser wachmeister hat sich kurz vor zum bataillons gefechts schon begeben und gibt uns die lage bekannt die infanterie hat den feind dank der guten alter drie vorbereitung aus der entstellung vertrieben eine kompanie des infanterie regiments 17 hat einen spitzen kai tief in den gegner vorgetrieben und diese stellung trotz stärkster gegenangriffe gehalten somit ist das tagesziel erreicht damit ist unsere arbeit hier ebenfalls beendet in kurzer zeit sind die geräte verpackt und aufgenommen erst jetzt da wir die straße betreten sehen wir die verheerende wirkung der granaten die so manches haus in einen trümmerhaufen verwandelt haben auch der bahndamm ist schwer mitgenommen wie mag es erst davor aussehen ein wachmeister und zwei funker gehen wir schweigend den bekannten weg zurück die sonne brennt immer noch heiß herab und nimmt uns die letzte spur von feuchtigkeit von den lippen die feldflasche ist längst leer schon liegen die gärten schon der graben hinter uns nur noch ein feld brauchen wir zu durchschreiten dann haben wir es geschafft scharf umrissen steht die mühle auf der höhe vor uns die tiefstehende abendsonne lässt ihren weißen kalkanstrich noch greller erscheinen langsam steigen wir den hügel empor mit dem gestänge eines keller ganges lassen wir uns müde auf mehlsäcken nieder noch ein wenig essen wir zu abend dann legen wir uns zur ruhe hin lange finde ich noch keinen schlaf immer wieder kommen die bilder vom heute verlebten tage zurück dann aber stehen die bilder still und ein letzter gedanke an das volk wofür kämpfen begleitet mich zum schlummer kaum hat unsere batterie im raum nördlichen menen widerstellung bezogen da erscheinen über uns acht bombenflugzeuge von einer bedeutenden anzahl von jägern begleitet selbst mit den ferngläsern können wir keine nationalitätsabzeichen erkennen unsere vermutung es handelt sich um feinflugzeuge bestätigt sich als wir ihre zahlreichen bombenabwürfe hinter der front beobachten wie wir im laufe des tages erfahren zerstörten sie unsere notbrücke über den lys die siebte batterie soll außerdem zwei geschütze eingebüßt haben sonntag 26 der mai der heutige tag brachte uns einen dreimaligen stellungswechsel im zickzack kurs hartnördlich menen das mit uns marschierende artillerie regiment 67 erhielt während des andauernden beschusses beim marsch einen volltreffer am heutigen abend wird in uns allen die vermutung wach das schneidige vorwärts dringen hätte nun abermals ein ende gefunden und ein erbittertes ringen an ort und stelle stünde uns bevor unser drittes instellung gehen auf einem langgestreckten rücken vor dem dorfe gelu verwischt vollends sämtliche vorstellungen über den vermutlichen verlauf der front dazu erhalten wir nun beschuss aus allen richtungen und wie an der schelle stehen wieder die roten leuchtkuchen unserer infanterie am nächtlichen himmel wie stolz aber sind wir als wir gegen abend erfahren unsere division führe den auftrag durch an der spitze eines schmalen keils in richtung auf die im westen stehenden motorisierten deutschen truppenteile vorzustoßen und die vor uns liegende feindliche armee zu teilen daher also diese unklarheit des frontverlaufes der starke beschuss der gefechtslärm aus allen richtungen um 20 uhr erreicht uns noch folgende nachricht die 18 division hat vor über zwei brückenköpfe gebildet die panzerdivision kleist hat von süden her den vormarsch auf die stadt unternommen montag 27 der mai 9 uhr ein volltreffer soll vor wenigen minuten ein leutnant des neben uns feuenden artillerie regimentes 67 getötet haben nun aber entfernt sich der gefechtslärm rasch in westliche und nördliche richtung während der mäßige beschuss von süden her immer noch anhält um 9 uhr soll ein deutscher infanterieangriff erfolgreich vorgetragen worden sein eine unzahl deutsche bombe überfliegt unsere stellung die schweren batterien neben und hinter uns bauen ab wir aber bleiben noch den ganzen tag und die folgende nacht an demselben fleck sollen wir zurück bleiben da wieder bewegung in die front kommt endlose scharen von belgischen flüchtlingen zogen den ganzen tag an unserer stellung vorüber nach osten zurück es gibt kaum ein bild menschlichen aliens welches man darunter nicht hätte finden können kranke auf brüchigen hoch bepackten wagen alte männer und frauen zu fuß kinder in lumpen ein unübersehbares jammerbild diese menschen mit leerem stumpfen blicke welchen vielfach zu bettlern geworden ihre heimat suchen die ungeheuerlichkeit des verbrechens derer die den krieg begann wird in solchen augenblicken des anblicks wehrloser not noch grausamer klar die bewohner des westlichen belgien hingegen sind fest ausnahmslos bei haus und hof geblieben alle schrecken des krieges waren ihnen lieber als eine flucht ins ungewisse nichts kennzeichnet deutlicher im misstrauen gegenüber den verbündeten engländern und franzosen ich komme gegen abend mit einem kameraden in ein naheliegendes gehöft um dort kaffee zu kochen die alten bauers leute sitzen mit ihrem sohn um ein bedecktes herdfeuer in der dämmrigen küche die junge frau mit ihren fünf kindern aber hat sich aus furcht vor dem andauern artilleriefeuer in den keller verkrochen langsam kommt eins nach dem anderen der blonden flamenkinder zu unserem por und schaut mit hellen augen unserem handwerke zu schließlich sucht einer der jungen seine von der mutter gelernten paar brocken deutsch zusammen und beginnt mit mir zu sprechen weit kommt er nicht mit seinen kenntnissen aber es zeigt sich als ich ihm langsam auf hochdeutsch antworte und als mein kamerad gar platz zu sprechen beginnt dass die verständigung mühelos vor sich geht wenn nur jeder seine muttersprache deutlich spricht über die engländer wissen sie nichts gutes zu berichten in purem übermut hatten sie auf den weiden alles vieh erschossen das ihnen vor die läufe kam uns aber gilt das vertrauen die zuneigung flämischer kinder dienstag 28 der mai unter regenschauern dämmelt die frühe herauf das mächtige dröhnen vorgehen der motorisierte artillerieeinheiten erfüllt die morgenstunden es heißt sie sollen zum beschuss von üpern und des berges kemmel eingesetzt werden üpern kemmel das sind zwei namen welche uns die herzen höher schlagen lassen dort wartet ja sicher eine entscheidung auf uns ein kampf der uns die pforten nach frankreich hinein öffnen wird wieder sehen wir zahlreiche deutsche bomber ihren kampf zielen entgegen fliegen um 13 uhr halten wir die nachricht von der bedingungslosen übergabe der belgischen armee um 14 uhr trifft endlich der befehl zum stellungswechsel ein was werden uns die nächsten stunden bringen ich sitze nun wieder am zwillingssockel des mg wagens am himmel hängen immer noch schwere regenwolken kein flieger ist zu sehen noch zu hören über feldwege geht es kreuz und quer hügel auf hügel ab voran unsere stolze fünfte dahinter die anderen batterien der abteilung als wir eben eine kleine anhöhe überquerten deutet einer links vorne zum horizont dort liegen ein paar unscheinbare grau blaue hügel da die sanft ansteigende kuppe der kemmel wir anderen vom mg wagen wollen es nicht glauben um jene unbedeutende waldhöhe sollten im weltkrieg so viele tausend deutsche soldaten gefallen seien ein dorf sanforde steht am eingang geschrieben nimmt uns die aussicht als uns die letzten häuser den blick wieder freigeben liegt vor uns eine ganz flache von einigen baumreihen bestandene talsenke inmitten zieht sich allen sofort erkennbar ein bahndamm und unmittelbar davor ein kanalwert quer durch unser blickfeld dahinter zwei dörfer eins rechts in der nähe das andere links mehrere kilometer entfernt und über allem der berg mit seinen anschließenden hügelreihen wir mögen dem bahndamm nun auf anderthalb kilometer nahe kommen noch bleibt alles still hat der feind auch hier ein vorzeitigen rückzug angetreten und das berühmte weltkriegsschlachtfeld kampflos uns überlassen da ein langes pfeifen ein dumpfer knall wir fahren auf nun ein zweites fauchen in der luft diesmal sehen wir auch den einschlag links der straße wenige hundert meter von uns entfernt wir marschieren weiter sind wir vom feinde eingesehen worden hat er in den beiden dörfern noch funktionierende bestellen dann dürfen wir sicher sein in den nächsten minuten einen ausgiebigen feuer sägen zu erhalten die spitze unserer kolonne kommt jetzt in stocken irgendeine einzelheit über die zu beziehende feuerstellung macht nicht geklärt sein bei steht die lange reihe von geschützen und fahrzeugen eng aufgefahren auf der straße indes die einschläge sich mehren ich weiß es nicht stehen wir schon fünf oder zehn minuten auf dieser stelle endlich geht es weiter aber nicht auf der geraden straße nein über die beschossenen viehweiden hinweg je weiter wir vorgehen umso ungemütlicher wird es zu allem hin fängt es nun an vom himmel zu rieseln zu unserer linken entdecken wir mitten im wiesengelände eine reihe mächtiger betonklötze sicherlich da müssen bunker sein seltsam nur dass sie nach unserer seite hin keine öffnung selbst nicht den kleinsten eingang oder die schmalste skischarte aufweisen auf diese bunkerlinie scheint es der feind abgesehen zu haben mit hartnäckigen regelmäßigkeiten kommen die richtigen brocken angeflogen es mögen etwa 15 zentimeter granaten sein um irgendwo in der nähe zu detonieren endlich sind wir in unserer stellung angekommen abprotzen rohre in die allgemeine richtung bringen protzen wegfahren das alles geht außerordentlich rasch vor sich denn inzwischen setzt nicht der erwartete verstärkte beschuss ein sondern ein platschender wolkenbruch der die stellung in eine undurchsichtige graue wand hüllt so geschieht es dass die geschützbedienung nach erledigung aller angriffe nicht vor feindlichen granaten sondern allein vor dem durchdringenden nass eines unbarmherzigen himmels in bunkern schutz suchen ist dieser himmel in der tat unbarmherzig man denkt darüber wie man will auf jeden fall sieht während dieser halben stunde der feind von uns genauso wenig wie wir vom berg kemmel oder von einem der dörfer jenseits des bahndammes und so bringe ich völlig ungestört von feindlichen feuer mithilfe eines kameraden eine mg nebst dreibein auf der plattform eines bunkers in stellung wie der batterieoffizier es befohlen hat dieser betonbunker hinter welchem auch unsere mg wagen und der b wagen entdeckung gefahren sind entpuppt sich als ein stabiler deutscher artillerieunterstand aus dem weltkriege die von den belgiern angestellten sprengungen an seiner rückseite welche ihn als vierunterkunftsraum verwendbar machen sollten konnten seiner festigkeit nur wenig anhaben freilich seine fortgesetzte besteigung macht uns schwierigkeiten eine leiter ist nicht in der nähe also organisieren ich warte mit einem kameraden im strömenden regen zwischen vier herren hindurch nach dem 100 meter rechts liegenden gehöft wir finden es dicht besetzt kameraden unserer einheit angehörige des rechts an uns angelehnten vierten batteriezuges und eine große zahl infanterie teile liegen in scheuen und stellen mit einer aufgefundenen riesenhaften leiter ziehen wir wieder dem bunker zu von dessen plattform unser mg herab grüßt unten ist inzwischen die befehlstelle eingerichtet worden hier bleibe ich während ein kamerad die erste mg wache übernimmt bald fallen die tropfen spärlicher als ich nach einer stunde zur ablösung emporklettere liegt die ganze gegend rings wieder in klarer sicht voller spannung darüber was sich nun ereignen wird schreite ich die gras bewachsene fläche ab es bleibt mir keine lange zeit dazu denn plötzlich fängt es wieder an in der luft zu jaulen da am bahndamm ist auch der einschlag zu sehen und schon folgen die nächsten detonation nun drei einschläge hintereinander schon viel näher da ist es doch besser in deckung zu gehen ich lasse mich hockend an der hinteren wand des bunkers nieder verdammt was kommt da so nah vorbeigeflogen eine erschütternde detonation als ich den kopf wieder aus der deckung hebe sehe ich 150 meter halb rechts eine riesige erdfontäne niederfallen brüllende kühe wälzen sich im schlamm andere schleppen sich mühsam davon nun folgt einschlag auf einschlag immer näher auf mich und das gehöft zu wenn dieses ein volltreffer bekäme oh mein gott ich habe eben wieder den kopf zu boden gepresst wieder geht es glücklich vorbei 50 meter rechts sitzt der einschlag da auf einmal dicht unter mir ein erstickendes schreien kameraden eilen aus der deckung hervor und finden den kanonier b mit einem granatschlitter im halse vor dem bunker sie scheinen das sprungweise hervorquellende blut stillen zu wollen ein kanonier eilt den langen sprung zum gehöft den unterarzt holen er mag eben halb weg sein da faucht es wieder ganz dicht über uns hinweg ein mächtiges krachen und wo eben noch der dachstuhl des bauernhoses stand birst jetzt eine ungeheure wolke auseinander meine kameraden nach bangen minuten des wartens kommt der melder wieder der arzt hätte drüben mit verwundeten alle hände voll zu tun er muss zurück muss ihn mit allen mitteln heranbringen das blut der halswunde ist nicht zu stillen nun tritt eine feuerpause ein gottlob da kommt der arzt herbeigeeilt der batterieoffizier erscheint bei mir oben am rande der plattform ich zeige ihm die trichter und schlage ihm vor das mg abzubauen da es im gegenwärtigen augenblick ohne praktischen wert für uns ist und dem feind höchstens ein lockendes ziel bietet ich selbst bleibe oben das weitere zu beobachten und schon beginnt der tanz von neuem da kommt eine ganze gruppe angeschwert wie das reinhaut das sitzt wieder vor dem gehöft und nun hält die davor liegende vierte batterie ihren teil vier einschläge sehe ich mitten unter den geschützen und noch vier jetzt wandert das feuer nach links auf unseren bunker zu längst schon sollte ich in deckung kommen doch zu fesselnd ist die beobachtung der einschlagswirkung wahrlich nun kracht es kurz vor unserem bunker auf die wiese noch kurze zeit bleibe ich oben dann steige ich nach insgesamt drei bis vier stunden in den sicheren raum hinab neue kameraden sind dazu gekommen an kleidern gesichtern und händen mit mauerdreck überzogen sie erzählen mir von dem im bauern gehöft gelandeten volltreffer ein sanitäter der infatrie hatte dort mit seinem koffer radio einen deutschen sender eingestellt eben meldet die stimme des ansagers die schlacht in flandern hat ihren höhepunkt erreicht krach da zitterte das haus in allen fugen mörtelsteine dachplatten flogen wild durch die gegend und durchdringlicher qualm ein hasten und drängen nach dem ausgang die kameraden unserer batterie fanden sich alle heil vor dem hause wieder der sanitäter aber fehlte er lag mit tödlicher wunde neben seinem zerschmetterten apparat als sie mir dies im bunker erzählen lässt eben der abteilungskommandeur auf umwegen über eine nachbar batterie seine missbilligung über das ausbleiben unseres feuers ausdrücken der fernsprecher versucht krampfhaft mit unserer b-stelle verbindung aufzunehmen umsonst die leitung muss gleich zu beginn des beschusses zerstört worden sein nach einer halben stunde stellt der feind das schwere feuer ein der wiese draußen humpeln verletzte kälber und kühe umher selbst ein unverwundeter bulle sucht schüchtern und zahm geworden unsere nähe ein wachtmeister erledigt die verletzten tiere durch pistolenschüsse nun aber kommt etwas unerwartetes der feind beginnt leichteres kaliber gut gezielt zu verschießen mit feinem pfeifton überfliegen uns die ersten dinger wir warten auf die einschläge da ein kurzes und wieder ein sind die da drüben auf die idee gekommen uns mit blindgängern zu erledigen endlich ein vereinzelter knall und gleich wieder das vorherige seltsame geräusch es ähnelt dem zisch laut den der amateur fotograf beim abbrennen eines kapselblitzes vernimmt unter 100 granaten mögen 80 blindgänger sein was gibt es über diesen tag noch festzuhalten im bunker leben wie ein nachtlager wie die heringe wenig bekümmert um das feindliche störfeuer bei jedem postenwechsel gibt es ein stolpern über beine und köpfe hinweg und der endlich eintreffende feuerbefehl schafft im raum ein wahres chaos von menschenleibern fünfte batterie artillerie regiment 31 frankreich 1940 teil 4 mittwoch 29 mai heute morgen hat der feindbeschuss völlig aufgehört hallebeke und witscheite so heißen die beiden dörfer jenseits des bahndarms sind in der hand unserer infanterie als um 11.20 der befehl zum stellungswechsel eintrifft haben wir noch vier schuss in den rohren wir feuern sie auf den berg kemmel ab ohne zu wissen dass es die letzten von uns in belgien abgegebenen schüsse sind und dann ziehen wir wieder in langer kolonne nach westen bahndamm und iserkanal so ist sein name liegen schon hinter uns keine desonation ist mehr zu hören höher hebt sich der umkämpfte berg vor uns empor da auf seinem turm flattert deutlich sichtbar eine hakenkreuz fahne auch der berg kemmel selbst ist unser scharen von gefangenen engländern begegnen uns kaum dass sie sich noch auf den bein halten können ihre verwundeten schleppen sie mühsam auf ausgehängten türen mit sich eben legen sie einen blassen gesellen zur erde nieder stellen sie schweigend im kreis umher nehmen die helme ab zum gebet eine ihrer kameraden hat die augen für immer geschlossen nun biegt die straße nach nordwesten ab zu rechten öffnet sich eine sanfte mulde und wie von einem traumbild ergriffen blicken wir hinüber nach ypern der fernstadt mit ihrer weiß schimmernden kathedrale üpern kämmel kampflos ziehen wir zwischen ihnen dahin auf regellose flucht deutet alles was unsere augen erblicken zerschossene und verbrannte panzerwagen noch geladene packs stehen gebliebene lastwagen und tote links und rechts auf einem gutshof halten wir in herrlichstem sonnenschein mittags rast um 17 uhr geht der vormarsch weiter die donationen sind bald wieder hörbar bei poporin ziehen wir gegen 20 uhr ruhequartier infanterie gefechtslärm steigt aus wenigen hundert metern entfernung zu uns herüber ist die schlacht im flander noch nicht zu ende suchen versprengte feindtruppen durchzubrechen für unsere batterie scheint jedenfalls der einsatz fürs nächste beendet denn während die verstärkte wache ihren rundgang antritt müssen bereits drei mann auf der wiese nebenan eine halbe stunde nach exerzieren die nacht bringt keine zwischenfälle nur feinflugzeuge kreisen über uns und werfen leuchtbomben donnerstag 30 der mai um halb zwölf erscheint unser abteilungskommandeur hauptmann köhler zum appell er erklärt unseren einsatz im rahmen der 31 division für vorläufig beendet der feind engländer franzosen belgier ist zerschlagen und wird in diesen tagen soweit er nicht gefangen wurde vernichtet diese vorzüglichen leistungen der zweiten abteilung haben während des vormarsches der infanterie wertvollste dienste geleistet als brennpunkte unserer einsätze werden unvergesslich sein die übergänge über die deil dender schelde und lys am lys ermöglichte das gut liegende feuer der zweiten abteilung einem bataillon des infanteriegements 17 als einzige einheit den übergang wodurch der weitere vormarsch des gesamten armeekorps ermöglicht wurde ein einziges lob der artillerie nannte der divisionskommandeur den belgischen feldzug im großen gesehen bildet unsere 31 division die spitze eines von unserem korps gebildeten keils der den großen flanderischen kessel zu durchbrechen hatte wie schmal dieser keil war geht daraus hervor dass wir durch feindliche artillerie von den flanken ja sogar von hinten beschossen wurden wie groß aber der vorwärtsdrang war zeigt die überwindung von zehn flussläufen auf im kampf erstellten notbrücken die weitere verwendung des regiments steht noch nicht endgültig fest zu vermuten ist jedoch der einsatz in richtung paris zur vollständigen niederwerfung des restes der französischen armee das eiserne kreuz zweiter klasse überreicht der kommandeur an wachmeister lichtenfeld und gefreiten knoche an den ersten wegen seiner vorbildlichen pflicht erfüllung und seines einsatzes auf der b stelle an den zweiten wegen seiner bewährung als funker beim vorgeschobenen beobachter freitag 31 der mai zweiter ruhetag vormittags und abends starke deutsche flieger tätigkeit vermutlich zur kontrolle unseres luftgebietes und zur völligen vernichtung der sich zurückziehenden reste des englischen expeditionskurs geschützt donner ist von nordwesten herhörbar deutsche batterien beschließen dünkirchen welches von den engländern als rückzugsbasis noch hartnäckig gehalten wird 60 englische schiffe sollen vorgestern im kanal versenkt worden sein die englische luftwaffe hat gestern angeblich unsere ebenfalls in ruhe befindliche 18 division erheblich zugesetzt deshalb heute tarnung sämtlicher fahrzeuge einem nachbar gehört fliegender infanterieregiment landstab legt sogar luftschutzgräben an wir können nur vereinzelt englische bomber aus der ferne beobachten die deutsche flack setzt mit kräftigem feuer ein in der nacht kreisen engländer über uns und werfen leuchtbomben samstag 1 juni schon früh um 6 uhr über fliegen uns 60 deutsche stukas in richtung dünkirchen weitere 60 folgen zwischen 9 und 10 uhr um 10 uhr 30 findet für die gesamte zote abteilung ein platzkonzert des regiments trompeterchors statt um 15 uhr wird der auf 19 uhr lautende abmarschbefehl also richtung frankreich bekannt gegeben 19 uhr 30 stehen wir immer noch angespannt marschbereit 20 uhr werden die pferde wieder ausgeschirrt die fahrzeuge getarnt wie lange sollen wir hier noch still liegen der führer soll heute auf dem kemmelberg gewesen sein andere kameraden berichten er sei auf der hauptstraße nah unserer ruhstellung vorbeigefahren niemand weiß genau zu berichten sonntag 2 juni weil heute sonntag ist wird eine stunde lang fußdienst gemacht der geschütztonner vor uns hat im laufe des vormittags aufgehört haben sich die engländer endlich ergeben um 19 uhr wird er auf morgen früh 6 uhr laut einem marschbefehl bekannt gegeben ausgabe von wein also eine große flasche für je zwei mann die nacht wird dementsprechend unruhig montag 3 juni um 6 uhr marschieren wir in südöstlicher richtung ab um 8 uhr 15 überschreiten wir im ort mont noir die belgisch französische grenze wir passieren eine mindestens drei kilometer tiefe festungslinie mit panzerkuppeln drahtverhauen und deckungsgräben die stellung scheint kampflos aufgegeben worden zu sein die von uns bald erreichte stadt bei lö zeigt verheerende spuren eine bombardierung durch stukas einzelne bombeneinschläge haben ganze häuserkomplexe niedergelegt hinter bayou marschieren wir kilometerweit durch unübersehbare mengen von feindlichen geschützen aller kaliber panzerwagen kraftfahrzeuge ausrüstungsgegenstände und kleinungsstücke es hat den anschein als seien auf dem rückzug befindliche starke truppenverbände überraschend von unseren panzern gestellt und vernichtet worden um 16 uhr beziehen wir strohquartiere im ort crober bay und stukas überfliegen uns mit südlichem kurs morgen früh 6 uhr steht die batterie marsch bereit dienstag 4 juni der abmarsch wurde auf 4 uhr vorverlegt auch die marschrichtung soll plötzlich geändert worden sein angeblich geht es jetzt der küste zu 5 uhr wir marschieren in westliche richtung 8 uhr es geht jetzt genau nach norden auf dünnkirchen zu 10 uhr 30 nach weiterem marsch in nördlicher richtung zweigen wir zur rast seitlich nach einem glutshof ab der marsch führt hartnördlich der betun vorbei dann über hobeck und hasebeck dabei überqueren wir auf notbrücken zuerst den lüsse seitenkanal dann den lüs selbst die dörfer und städte zeigen verheerende spuren des kampfes granateinschläge sind nur selten festzustellen aber riesenhafte feuersbrünze haben alles brennbare zerstört am wege viele soldaten gräber liebevoll gepflegtes für gefallene ss männer und daneben die nur flüchtig angelegten gruben tote engländer zum ersten male sehen wir deutsche panzer am wege liegen aber noch viel mehr englische daneben unsere 31 division untersteht jetzt dem ersten armeekur und bildet mit diesem die heeresgruppen reserve aller wahrscheinlichkeit nach kommt für uns ein einsatz am äußersten rechten flügel in frage der weitere marsch führt über böse hängen und arier nach dem gutshof la jumelle bei aerie wo wir nachtquartiere beziehen der gestrige wehrmachtsbericht lässt die künftigen ereignisse voraus ahnen pariser flugplätze wurden durch deutsche flugzeuge aller gattungen bombardiert dabei wurden 300 bis 400 französische apparate am boden zerstört 104 flugzeuge wurden im luftkampf 21 durch deutsche flug artillerie abgeschossen diesen erfolgen steht der verlust von neuen flugzeugen entgegenüber in den kirchenturm noch heftige straßenkämpfe zwischen deutschen und den hartnäckig kämpfenden französischen truppen welche den rückzug der engländer decken die französische luftwaffe setzte die bombardierung deutscher holländischer und belgischer städte fort mehrere bomber wurden dabei durch deutsche nachtjäger abgeschossen mittwoch 5 der juni eine meldung besagt dass seit dem 10 mai 1,2 millionen gefangene in unsere hände gefallen sind die verluste des feldzuges in holland belgien und frankreich bis zum heutige tage werden wie folgt angegeben 10.000 tote 40.000 verwundete 8.000 vermisste die zahl der abgeschossenen oder am boden vernichteten feinflugzeuge beträgt bereits mehr als 3000 stück an dieser stelle mögen auch die im verhältnis zu den erreichten lächerlich geringen verlusten unserer eigenen batterie angegeben werden vier kameraden sind durch verwundungen ausgefallen außerdem verloren wir durch feindliches feuer 78 pferde heute ist ruhetag nachsehen der pferde fahrzeuge und waffenappell immer noch genießen wir das herrliche wetter welches uns von verschwindenden annahmen abgesehen seit beginn des feldzuges begleitet 18 uhr marschbereitschaft in südwestlicher richtung geht es weiter donnerstag 6 juni um fünf uhr früh sind wir in einem klaren ort zur ruhe übergegangen auf kurzem schlummer folgt rege tätigkeit in einem gutshof rekurrieren wir hafer der bauer ein ausgesprochen frecher geizhals muss durch drohung erstgefügig gemacht werden als dolmetscher der ich seit gestern bin habe ich ihm im auftrag des chefs das nötige über kriegsschuld und kriegsrecht zu sagen seltsam während des nächtlichen marsches können wir keine spur vom krieg entdecken nach aussagen von einwohnern haben sich französische truppen überhaupt nicht in dieser gegend aufgehalten deutsche nachstoßende einheiten rücken kampflos vor die franzosen sollen sich überdies schon wieder zurückgezogen haben wie lange wohl unser marsch hinter der kämpfenden truppe her noch dauern wird 13 uhr ab marsch im obstgarten eines kleinen dorfes machen wir quartier die französische luftwaffe scheint durch die deutschen angriffe der letzten tage vollends lahm gelegt worden zu sein nicht ein einziges mal sichten wir auf dem marsch feindflugzeuge dafür über mehrere staffeln deutscher bomber in einem anderen ort erfahren wir durch die dort liegenden landesschützen dass während der vergangenen nacht in der umgebung vereinzelt bomben abgeworfen wurden der wehrmachtsbericht besagt 140 französische flugzeuge vernichtet weigernde linie im zuge der am 5 juni 12 uhr begonnen offensive stellenweise schon durchbrochen vermienung der italienischen küstengebiete als schutz gegen angriffe bombardierung englischer flugplätze an der ostküste und in mittel england freitag 7 juni 8 uhr ab marsch in der vergangenen nacht statteten uns zwei französische bomber einen besuch ab mehrere bomben abwürfe in der nähe unseres nachtquartiers wurden von mir beobachtet bei uns selbst keinerlei zwischenfall während der mittagspause erscheinen wieder französische bomber über uns ohne jedoch abzuwerfen jäger eines ganz in der nähe befindlichen fliegerhorstes machen sich an die verfolgung nachmittag geht es weiter in richtung abewiel die stadt welche wir nach mehr stündigen marsch erreichen ist völlig von deutschen bomben und artillerie zerstört es ist das schlimmste bild der vernichtung welches uns bisher begegnete kilometer weit vor der stadt liegen leichen von pferden und schwarzen soldaten am straßenrand ein unermesslicher gestank der in der hitze grässlich aufgedunselten kadaver schlägt uns entgegen es hat ganz den anschein als sei die im vollen rückzug begriffen armee von artillerie und bombern gemeinsam angegriffen worden davon zeugen die bis zu fünf meter tiefen bombentrichter in den dörfern und die länge der straße auf schnurgerade aufgereihten granateinschläge davon zeugen auch die zerschossenen panzerwagen die umgestürzten kraftfahrzeuge die zurückgelassenen geschütze und die zehn auf dem flugplatz abewiel vorgefundenen zerstörten flugzeuge um 21 uhr beziehen wir in einem obstgarten etliche kilometer südlich abewiel nachquartier wie erwartet erscheinen wieder drei bis vier feindliche bomber und werfen in größeren abständen fast die ganze nacht über ihren sägen ab bei uns wird kein schaden angerichtet die deutsche luftwaffe begleitete uns heute wieder mit jägern und bombern auf schritt und tritt deutsche schräger vertrieben vor unseren augen mehrere feindflugzeuge welche vermutlich die sommenbrücke in abewiel bombardieren sollten in der einsetzenden abend dämmerung flogen noch 30 unserer bomber nach süden samstag 8 juni 6 uhr wecken 8 uhr abmarsch in südliche richtung 11 uhr rast auf dem ganzen weg begegnen wir kaum noch spuren des krieges wie gerüchteweise verlautet sollen wir seit 10 uhr für einen um 12 vor beginnenden angriff bereitstehen aber erst um 11 uhr 30 erreichen wir den angeblichen bereitstellungsort um 11 uhr 30 ist immer noch nichts von einem bevorstehenden abmarsch zu merken hat sich der feind schon wieder zurückgezogen und damit den gedanken an der verteidigung an sommen und als jennen aufgegeben nachmittags weitermarsch wir kommen der front wieder hörbar nahe beim dorf geht es dann endlich in feuerstellung eben haben wir uns dort eingerichtet da erscheinen drei französische bomber am östlichen horizont dahinter drei weitere und immer noch weitere wir zählen schließlich derer 15 die deutsche flack ballert wild und erfolglos gespannt sitze ich am zwillings mg und beobachte wenn nun die mehrzahl der bomber mit kurs nach westen weiter fliegt drehen drei flugzeuge ab und fliegen rückwärts in etwa 20 meter höhe auf die stellung unserer schweren flack zu ihre mg gaben singen dicht um unsere ohren vorbei unwillbar hinter dem feinden aber flitzen urplötzlich kein mensch sah sich kommen drei messerschmitt über uns dahin einer der jäger drückt ein franzosen dicht an die erde herab ich versuche mit dem ng einzugreifen wieder einmal hemmung es ist zum verzweifeln auch einen zweiten wenige hundert meter weiter rechts vorbeisausenden bomber kann ich deshalb nicht unter feuer nehmen unmittelbar hinter dem von einer nahen buschreihe gebildeten horizont erfolgt nun plötzlich eine detonation eine hohe rauchsäule wird sichtbar eines der feinflugzeuge ist beim aufprall auf den erdbogen in flammen aufgegangen wir haben nun den abzug des zwillings mg auseinander genommen und so repariert dass wir uns in zukunft hoffentlich auch ohne die hilfe des stets versagenden waffenmeisters auf die spritze verlassen können als plötzlich von norden her aus großer höhe wieder motorengeräusch hörbar wird wir beobachten da sind sie schon hermann silbervögel drei sechs neun siebenundzwanzig stuttgas ihr kurs geht nach süden plötzlich drehen sie nach osten ab kreisen über dem ostwärts von uns befindlichen baldhorizont nun setzt der erste zum sturzflug an dicht über dem wald fängt er sich ab steigt in die höhe fliegt geradeaus weiter die nächsten folgen sprengwolken zeugen von der gewaltigen wirkung feindlicher seite antwortet kein mg kein flackgeschütz also unsere vögel nach zehn minuten hintereinander wieder abfliegen stehen dicke rauchschwaden über dem ganzen horizont weiß gott was da drüben alles vernichtet worden ist sonntag 9 juni über die ereignisse des gestrigen tages ist folgendes festzuhalten die dritte kompanie infanterie regiment 17 hatte den auftrag im rahmen eines groß angriffes das tal der brisle von der nordostlichen seite aus bis zu einem jenseits des flusses verlaufenden eisenbahndammes zu nehmen die zweite abteilung artillerie regiment 31 konnte infolge tadellosen arbeitens der feuerstellung und der am vorderhang der höhen befindlichen beobachtungsstellen so wirksame feuerunterstützung bieten dass die infanterie nicht nur fluss und eisenbahnlinie in einem anlauf nahm sondern auch gleich bis zur höhe des montfaucon eines an seiner vorderseite unbewaldeten berges vorbei stieß und 22 uhr war der berg in deutscher hand der siegreiche tag kostete dem infanterie regiment 17 zwei tote und 21 verwundete heute haben sich die franzosen weit zurückgezogen unser vorgeschobener wachmeister rühl bricht schon beim morgenrauen auf um mit dem feind entfühlung zu bleiben den wald auf der höhe des montfaucon findet er menschen leer nur von seinem funker gefolgt durchstreift er mit schussbereiter pistole den wald endlich der waldrand ein dorf zeigt sich in der nähe ein alter französischer bauer scheinbar der einzig zurückgeblieben einwohner flüchtet sich beim erscheinen der beiden soldaten ins nächste haus wieder aufgefunden erklärt er noch kein deutschen im dorfe gesehen zu haben was bleibt anderes übrig als warten nach einer halben stunde sichtet wachmeister rühl vom ortseingang aus den ersten infanterie spätrupp den er nur durch wiederholte zeichen langsam davon überzeugen kann dass zwei artilleristen längst von dem dorf besitz ergriffen haben unser marsch führt durch das gestern von uns unter feuer genommene gebiet wir staunen selbst über die exaktheit der teilweise wie an einer schnur aufgereihten einschläge der übergang über die brislee wird für unsere pferde zu einem erfrischenden bad die notbrücken sind noch nicht fertig gestellt vorwärts aber muss es gehen sollen wir doch als vorausbatterie eingesetzt werden wir marschieren also mit ross und wagen geradewegs durch dem in einer breite von 50 meter etwa metertiefen schilf bestandenen flusslauf weiter geht es nach primont wo wir gegen 21 uhr in einem obstgarten nachtquartier beziehen kurze zeit lagen wir während des tages zur sicherung des vormarsches der anderen batterien in feuerstellung ohne jedoch einen schuss abzugeben feindliche arterietätigkeit ist überhaupt nicht festzustellen wie im tiefen frieden liegen felder und dörfer um uns nur an den zerbrochenen haustüren und der durch die fenster zu erblickenden unordnung in den wohnräumen erkennt man dass der soldat heer des landes ist vor primont wo wir die nacht verbringen wird noch gekämpft als wir schon nach genuss von wein und sack zur ruhe übergehen wird durch ein unteroffizier des neben uns liegenden stabes die erfolgte gefangennahme von 60 franzosen bekannt so beiden mgs übernehmen daraufhin die flankensicherung aber nichts rührt sich während der nacht selbst unsere gewohnten besucher die französischen bomber bleiben aus montag 10 juni weiter marsch das große tagesereignis ist italiens eintritt in den krieg heute um 16 30 hat mussolini dem französischen und dem englischen botschafter von dem beginnenden kriegszustand mitteilung gemacht dieses erst nur gerüchteweise verlautete ereignis wird uns zur gewissheit dass wir um 24 uhr die nachrichten des drahtlosen dienstes am b-wagen abhören die franzosen belügen sich selbstsamerweise bis zur letzten stunde renor spricht noch immer davon dass die armee in siegesreichen gefechten nach rückwärts manövriere und der französische rundwuch verbreitet die behauptung italien würde für das kriegsführende deutschland nur eine belastung darstellen eine weitere bedeutende nachricht norwegen hat kapituliert dienstag 11 juni wir sind nun stoßbatterie erst in westlicher dann in nördlicher richtung geht es weiter die verbindung mit dem feinde ist völlig verloren gegangen unsere marschroute deutet darauf hin dass wir eben den weg zur see nach lehavre abschneiden sollen zwei links unserer former straße beobachteten artillerie einschläge geben zu vielem rätselraten anlass seit gestern begegnen wir wieder vielen flüchtlingen welche zu fuß zu fahrrad auf dem wagen oder im auto zu ihren alten wohnsitzen zurückfahren nachmittags weitermarsch in nördliche richtung also gerade auf die küste zu im dorf beziehen wir nachtquartier das meer liegt nur noch fünf kilometer entfernt vor uns wird noch heftig gekämpft der vorgang von dünkirchen scheint sich hier in kleinerem maß zu wiederholen abgeschnittene feindtruppen werden beim versuch einer einschiffung zum größten teil gefangen oder vernichtet ja so leute leider enden die aufzeichnung des soldaten hier also es gibt keine weiteren aufzeichnungen sicherlich hat er noch was geschrieben aber es ist nicht bis hier hat die zeit nicht überlebt auf jeden fall wissen wir ja was dann passiert ist mit dünkirchen und wie die engländer dann noch alle weggekommen sind und wie der westfeldzug später beendet wurde aber das war jetzt erstmal der abschnitt des artillerie regiments 31 im westfeldzug